Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Ich glaube, von den Parts her nähern wir uns so langsam den 60. Und ich werde immer noch nicht müde von dem Spiel und irgendwie geht es auch immer weiter gefühlt. Also, ja. Wir haben als letztes unten im Abyss. Oh nein, das wollte ich nicht. Geh weg. Als letztes unten im Abyss. Hat er kurz. Queen's Station. Irgend so ein Ding aufgemacht. Also, also so Licht, so Licht durch die Welt geschickt. Und ich hoffe ja, dass das endlich diese schwarzen Barrieren weggemacht hat. Auf jeden Fall haben wir da unten irgendwas gemacht. Meine ehrlich, ne? Es gibt ja so viel in diesem Spiel zu erdecken, ne? Ich bin grad zu blöd, ne? Hm, ich glaube... Oh fuck. Das war fast ne Doppel-Combo. Aber auch nur fast. Da wollen wir rein. Das war's nicht. Was hat es dann gemacht? Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück. Äh, und zwar... Wohin gehen wir denn zurück? Das ist jetzt die Frage. Wir könnten hier unten im Abyss nochmal gucken. Da geht's ja auch rechts lang. Aber ich glaube... Ne, da komme ich nicht hin. Palace Grounds. Ähm, wir gehen auf jeden Fall... Wo ist denn der nächste Stack? Da oben. Da oben. Äh... Ist es Hidden Station? Ich glaube, es ist Hidden Station. Ja, so ist es richtig. Kann ich mit dem Ball hier schon irgendwas machen? Nein. Hey. Gut, 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 aber... Ich will nur hier runter... Oh. Jetzt stellt sich halt immer die Frage... Oh. Ja. Was tun wir als nächstes? Habe ich jetzt hier vielleicht das hier? Aha, ich habe das Licht angemacht und deshalb kommen wir jetzt nach hier. Okay, das ging nämlich beim letzten Mal noch nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hier komme ich auch nicht durch. Vielleicht jetzt? Nein. Nein, man kann es ja mal versuchen. Gut. Das heißt, da komme ich jetzt noch nicht hin. Aber ich kann euch sagen, was passieren wird. Also das ist jetzt mein Guess. Dass ich jetzt gleich eine Fertigkeit bekomme, die mich durch so schwarzen Scheiß gehen lässt. Das sieht voll alienmäßig aus, ne? Okay. Okay. Woah. Shadecloak. Press RT. Dash forwards cloaked shadowed cloak. Use the cloak to destroy enemies. Attacks without attacking damage. Uh. Okay, das muss kurz aufladen. Arcane Egg. Gut. Gut. Das heißt, jetzt... Ich habe es echt in dem Moment gecallt, ne? Ich fasse es nicht. Arcane Egg. Ah, ne. Das ist hier. Okay. Das ist bestimmt jede Menge Kohle wert. Kohle, Kohle, Kohle. Gut. Das heißt, ich glaube jetzt so langsam kommen wir an den Punkt. Entschlussbild. Wo ist mein Dash? Shadecloak. Ach, ne. Okay. Das ist dasselbe. Langsam kommen wir an den Punkt, wo wir unsere Fertigkeiten auf so einem Level haben. Wo es niemand mehr mit uns aufnehmen kann. Das reicht. Ähm, was war da hinten? Das weiß ich nicht mehr. Das Problem finden wir jetzt heraus. Piu. Aua. hier wagen ich überlegt war hier aber war hier hinten irgendwas was irgendwie für mich von wert war ich glaube nicht das hier aber hier nein gut dann kämpfen wir uns das mal wieder nach oben gut das wird ja wieder ein spaß werden gut aber das bedeutet fuck das auch wieso starte ich nie jedes mal wieder von unten das bedeutet folgendes wir können jetzt jede menge durch jede menge dieser komischen schwarzen barrieren durchgehen und wir fangen in diesem qualen gebiet an weil also ich hoffe dass ich jetzt dadurch wo dadurch durch dieses schwarze gebiet durchgehen kann also das weil wenn ich wenn das nämlich nicht geht dann weiß ich nämlich langsam wirklich nicht mehr wohin und wir müssen uns glaube ich auch so langsam dem ende nähern weil ähm ich weiß nicht mehr wie viel wir an an spells und sowas noch bekommen wollen aber was hat ja eigentlich auch oh fuck wir bist warum bist du hier ghost i see you faced the place of your birth and now drape yourself in substance of its shadow tough our strength is born of similar so though any though though our strength is born of similar source that part of you that crucial emptiness i do not share funny then that such darkness gives me hope within it i see the chance of change a difficult journey you would face what a choice it can create it can create prolong our world stasis of face the hearts of the heart of its infection du bist du bist jetzt lebt oder was was sagst du it faced the world it ascends unscathed could it unite such a vast darkness bestimmt gut also also nochmal queen station bitte nächste halt queen station ich überlege gerade ob es vielleicht sinn macht dieses kolosseum noch mal zu machen jetzt wo wir die 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 krassen dinge haben die krassen fähigkeit hier damit kriegen wir sicher ein bisschen mehr erweitert als als ursprünglich das ist die frage kann ich mit dem ding überhaupt und wenn ich jetzt so mache ich möchte quasi so ja ich kann damit durch natürlich nur wenn ich gerade keinen cooldown habe ich bin mir sogar okay das hat nicht so funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe kurz hili 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 jetzt sollten wir da durchkommen und zumindest die map von diesem scheiß ding hier kriegen ich weiß es nicht sehr schön das hat schon oh fuck ja ach so der sitzt bestimmt nämlich aber hier sitzt der boi ho 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 not so so long as can be in the whole new strangeness bla 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 did you see the dark gate below it's quite unsettling to be near i did my best to avoid it unfortunate for me i found another route and though i did end up a little signed after waiting for some asset na sicher jetzt zeigt mal forgotten crossroads und fungal wastes okay das wir gehen das erstmal hier lang habe ich gerade beschlossen also müssen wir ja au was war das denn okay was bist du für ein boy einfach besser nicht berühren habe ich gerade beschlossen mehr quallen wir gehen mal hier hoch und checken das ja mal ab überall diese ich könnte da auf jeden fall irgendwie meinen schaden minimieren was will ich hier überhaupt frage ich mich gerade auch was bist du denn scham not okay dass das ist tatsächlich legit wenn du mich fragst ich meine kann man das mal machen kommen wir haben jetzt noch einen frei das ist gut ich frage nicht wie viel man davon noch haben kann da geht es in die fange ist das checken wird auch noch direkt mal wo wir hier ankommen ach bestimmt da wo ich immer gedacht habe hier geht es nicht weiter wo sind wir da sind wir wo sind wir hier ja das mache ich gleich auf dem rückweg ich muss erst mal den weg freischalten ach hier ja krass an den weg hatte ich ja nie im leben gedacht gut ja 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 gut das hat schon mal gut geklappt 700 kopf in 900 bekommen wir erst das nächste gut aber wo führen wir dann in die forgotten crossroads wir sind ja in den infected vergotten crossroads sind wir hier ja krass man kann niemals oft genug das machen gut dann machen wir uns jetzt mal auf aber erst in der nächsten folge von hollow knight deswegen bedanke ich mich wie immer und hoffe ihr hattet spaß wir sehen uns in der nächsten folge bis dann tschüss